Super Veranstaltung denke ich, weil die fast lange nicht so im Fokus war und jetzt in den Fokus rückt und das ist einfach das, was diese Struktur verdient hat. Also das ist nicht nur so ein braves, mache ich es richtig und könnt ihr mir was geben, ihr großen Präsenter, sondern es ist so ein selber machen wollen Stimmung, die hier da ist. Und das finde ich sehr, sehr anregend. Ich liebe es hier, ich liebe es. Und der Grund, warum ich es liebe, ist, dass die Verbindung zwischen den verschiedenen Präsentoren, die Leute kommen und fragen Fragen, jeder ist auf ihrem Level der Wissen und Bewusstsein, weil wir die Informationen mit uns zusammen sharen. Im Vorfeld schon viel mitbekommen, wie gut das organisiert war von Perform Bella. Genial von den Referenten her auch, wer eingeladen ist, das ist wirklich eine Familie, man kennt sehr viele. Ich bin sehr froh, dass ich hier bin. Ich habe mit Chris Poirier gearbeitet und Perform Better summits in den USA und es ist immer ein Freude zu kommen, und zu sehen so viele Leute, die sich ausführen, das ist wirklich ein sehr guter Turnout. Es sind sehr, sehr neugierige, ganz tolle Teilnehmer hier vorhanden und natürlich eine geballte Kompetenz an Referenten und ich glaube, es ist sehr, sehr gut gemischt. Was ich bisher alles gesehen habe, selbst sehen konnte oder auch von Teilnehmern zurückbekommen hat, sind, glaube ich, alle sehr, sehr zufrieden mit dem Event bisher. Ich denke, dass die Präsenten, die ich mitbekommen bin, ist ein Privilege. Ich denke, sie sind wirklich fantastische Leute, die sich sehr, 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 sehr zuhörigen, Forschung und Wissenschaft und Modeln und Methoden zu helfen, die Menschen leben besser. Und was großartig ist, ist, dass Sie die Kreative, Instruktive Minds in den gleichen Raum bringen, sie starten zu sprechen, lernen von einem anderen und generieren neue Ideen. Und das ist unglaublich. Die Kreative Minds in den gleichen Raum Die Kreative Minds in den kleinen Raum Untertitelung des ZDF, 2020